Herzlich willkommen bei triathlonszene.de. In diesem Beitrag geht es um das Training der Norweger und es ist natürlich spannend, was machen die Norweger aktuell im Triathlon. Christian Blumenfeld ist Olympiasieger auf der Kurzdistanz. Gustav Iden, sein Trainingskumpel, der ist zweifacher 73 Weltmeister, hat das PTO-Rennen gewonnen in Leitona, vielleicht das bestbesetzte Rennen aller Zeiten. Und was haben die beiden gemeinsam im Training? Was macht die Trainingsgruppe rund um ihren Trainer? Was machen die Norweger? Ein spannendes Thema, wie ich meine. Und wir können jetzt mal angucken, haben die wirklich was Neues entdeckt oder machen sie irgendwelche Kleinigkeiten besser? Und das Ganze ist jetzt unser Thema. Es ist ein bisschen was für die Nerds von euch, weil es geht um Feinheiten und Details, wenn ihr euch für sowas interessiert, für Sportwissenschaft. Wenn ihr jetzt so den ganz großen Mega-Knall erwartet, die machen irgendwas ganz anders, werdet ihr enttäuscht sein. Es geht wirklich um Feinheiten, um Einzelheiten, aber das ist hier jetzt unser Thema. Gucken wir kurz an, um wen es eigentlich genau geht. Und zwar sind hier unsere Protagonisten, der Trainer Ariel Zweiten, Gustav Iden, Christian Blumenfeld und natürlich auch noch einige andere, die in dieser Trainingsgruppe mit dabei sind. Steigen wir ein und gucken uns als erstes mal die grundlegende Trainingsphilosophie an, die die haben. Die ist eigentlich gar nicht besonders. Manchmal wird so getan, als wäre das irgendwie eine besondere Sache. Wir wollen sie mal kurz nennen. Zunächst ist so, dass der Trainingseinstieg häufig so mit 17 Jahren in dieser Gruppe ist. Das hat sich so ergeben. Aber das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Man weiß, dass im Triathlon die meisten, die international später erfolgreich werden, die sind aus anderen Sportarten gekommen. Also bei den Jungs ist es so, es gibt eine Studie, 89 Prozent von den Jungs waren früher Schwimmer. Also die Männer haben eigentlich immer einen Schwimmhintergrund. Bei den Frauen ist es nicht ganz so klar, aber sie fangen nicht mit Triathlon an, sondern entweder mit Laufen oder mit Schwimmen. Und erst später erfolgt dann diese Spezialisierung. Insofern ist es eigentlich nichts Besonderes. Trainingseinstieg mit 17 Jahren. So, jetzt kann ich es auch hier hinschreiben. Was haben wir noch? Hier das Training in einer Gruppe. Und ich wähle gerne noch das nächste ein, dann sind wir hier etwas schneller. Individuelle Intensitäten. Was ist damit gemeint? Training in einer Gruppe. Da geht es darum, dass man die norwegischen Sportler an einem Stützpunkt zusammenfasst. Und Unterschied wäre was anderes, wenn man zu Hause trainiert, der eine in der Stadt, der andere in der anderen Stadt. Dann hat man zwar jemanden, der das Training koordiniert, aber du hast dann zu Hause deinen Schwimmtrainer, deinen Lauftrainer, ins Trainingslager fährst du wieder mit einem anderen Coach. Hier fasst man alles zusammen und kann alles gemeinsam verknüpfen und gemeinsam steuern. Also wenn das Laufen hart war, kann man vielleicht das Schwimmen ein bisschen lockerer machen und alles baut ein kleines bisschen miteinander auf. Die individuelle Steuerung der Intensitäten, damit ist gemeint, wenn man vorhat, eine bestimmte Intensität zu haben, zum Beispiel, ja das ist jetzt ein technischer Begriff, an der aerob-anaroben Schwelle, gucken wir uns gleich noch an. Also man kann das dann messen mit Laktat. Dann wird das eben auch gemessen. Normalerweise ist es so, eine Gruppe fährt los, alle fahren das gleiche Tempo und für manche ist es dann aber zu locker, für andere aber zu hart. Und die Norweger machen das so, dass sie dann einfach mal am Straßenrand stehen bleiben und jeder streckt das Ohrläppchen raus und dann wird Laktat gemessen. Dann merkt man, okay, für dich passt es, für dich passt es auch einigermaßen, aber für dich ist es jetzt gerade irgendwie zu schnell, mach du mal lieber ohne die Gruppe heute, ja und so wird das Ganze eben individuell gehandhabt. Ist da was Neues dran? Nicht wirklich, nur eben diese konsequente Umsetzung von den Möglichkeiten, dass man eben Laktat misst. Und es wird nicht nur Laktat gemessen, sondern wenn sie in Höhen Trainingslager sind, auch Sauerstoffsättigung und solche Sachen. Aber ihr seht so das generelle Konzept. So, also individuelle Intensitäten und dann noch ganzjährig Tempotraining. Das ist eine Sache, die hat man in Norwegen erforscht, dass man halt sagt, ist eigentlich fast ein bisschen egal, was du für Intervalle machst. Also Beispiel Lauftraining, ob du jetzt 400er läufst oder 1000er oder 2000er, alle haben ihre Trainingseffekte. Entscheidend ist, dass du es das ganze Jahr über machst. Es ändert sich dann nur, wie viel. Aber ganzjähriges Tempotraining ist eben eine Sache, die erfolgreich ist und das machen die Norweger. Und dann als letztes hier in der Trainingsphilosophie klarer Fokus auf aerobisches Training. Da können wir kurz einhaken. Es könnte für uns interessant sein, wenn ihr euch interessiert, auch für andere Sportarten. Wie wird im Laufsport trainiert? Wie wird im Schwimmsport trainiert? Wir trainieren die Radsportler, auch die, die die Tour de France machen. Dann ist es so, dass die allermeisten davon, eigentlich mehr oder weniger alle, Ausdauersportarten, hängt wohl und wehe von der Leistung ab an der Aerob-Anerobenschwelle. Also bei einem 10.000 Meter Läufer ist das ganz klar, der muss an der Aerob-Anerobenschwelle schnell sein. Am Schluss braucht er noch einen Kick, ein bisschen was im Anaeroben. Okay, das gehört dazu zum Belastungsprofil. 85% Anaerob, äh, ja von wegen, Aerob, 15% Anaerob. Bei anderen Sportarten ist ähnlich. Schienlanglauf ist eine Sportart, entschieden, wird sie an kurzen Hügeln anstiegen. Also wir haben einen Bereich, der an der Aerob-Anerobenschwelle wieder stattfindet. Ne, hohes Grundtempo. Darüber hinaus gewisse Anaerob-Anteile, um auch mal an einem Hügel irgendwie eine Attacke zu setzen. Radsport, nehmen wir mal Tour de France. Mega Ausdauerding, unendliche Stunden auf dem Sattel. Aber wo wird das Klassement gemacht? Im Schlussanstieg, äh, an Berghoch, am Schluss vielleicht noch irgendwie in Sprintfahnenattacke mitgehen. Also auch hier sind wir wieder im Bereich der Aerob-Anerobenschwelle und geringe Anaerob-Anteile. Und im Triathlon ist es jetzt teilweise anders. Also auf der Langdistanz ist ganz klar, da bestimmt sich die Leistung ja nicht, äh, was hast du für eine maximale Sauerstoffaufnahme oder was kannst du anaerob? Also ein starker Zielsprint beispielsweise bringt ja gar nichts, sondern es findet in einem ganz anderen Leistungsbereich statt, nämlich im Bereich der Fettverbrennung. Und Mitteldistanz, Kurzdistanz, das sind eben rein aerobe Sportarten und die sich dadurch ein kleines bisschen unterscheiden von anderen Sportarten. Deswegen muss man das Training ein kleines bisschen anpassen. Diesen Gedanken, den werden wir jetzt gleich noch wiederfinden bei den Norwegern. Was machen die anders? Hier liegt das. Was machen sie anders? Eben, dass sie diesen Fokus auf das Aerobe haben. Und das zeige ich euch gleich noch anhand von einer Grafik. Äh, am besten mache ich da gar nicht lang rum, sondern zeige euch das einfach jetzt gleich mal und zeige euch hier das schwellenbasierte Training. Und da müssen wir ganz kurz gucken, was für Schwellen sind überhaupt gemeint. Und da zeige ich euch mal hier ein dreistufiges Zonenmodell, wie das in Norwegen so üblich ist. Geht zurück auf Dr. Steven Seiler. Was hat er gemacht? Der wollte einfach wissen, welches Training ist erfolgreich. Und hat einfach geschaut, ja, wir trainieren denn die Besten der Welt. Was machen die denn für ein Training? Lass uns doch mal angucken, was Weltmeister, Olympiasieger, Kaderathleten und so, wie trainieren die? Und schauen da mal in die Trainingstagebücher, natürlich elektronisch, über viele Sportarten hinweg. Aerobe-Sportarten, also Skilanglauf, Laufen, Rudern. Und man hat herausgefunden, da gibt es ein Muster. Die trainieren, wenn sie wirklich erfolgreich sind, sehr ähnlich, sondern sie machen einfach sehr viel im wirklich lockeren Bereich. Locker, aber dort sehr viel. Und sie machen dann wenig, aber dafür im richtig harten Bereich. Und diesen mittleren Trainingsbereich, den sparen sie sich. Und das sieht man hier in diesem Drei-Zonen-Modell. Da gibt es so diesen braunen Bereich, das ist so ein bisschen die verbotene Zone. Dort wird eben wenig trainiert. Und das Ganze kann man jetzt auch noch erklären durch bestimmte Schwellen im Körper, bestimmte Prozesse, die da vorgehen. Und das sind eben die Aerobe-Schwelle und die Aerobe-Schwelle. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber dann hat man eben praktisch so diese zwei Zonen, wo man sagt, okay, hier ist sinnvoll zu trainieren in diesem Block oder eben hier so in diesem Block. Und das da sparen wir uns ein bisschen. Das ist, was Steven Seiler rausgefunden hat. Und wir dürfen durchaus sagen, das ist toll, dass er das rausgefunden hat. Und das ist sicherlich auch erfolgreich. Und er hat geguckt, was machen die erfolgreichen Sportler. Aber wir wollen jetzt auch nicht so in diesen YouTube-Social-Media-Hype irgendwie mit einschwecken, wo man denkt, der hat es jetzt gefunden und der weiß es. Und nur so geht es. Oder so geht es am besten. Denn der Steven Seiler hat natürlich einfach nur gefunden, das Training seiner Zeit. Und das waren die Nullerjahre und Zehnerjahre. Und hätte er dieselbe Untersuchung in den 70er-Jahren gemacht, hätte er auch was anderes gefunden. Hätte er das Training der 70er-Jahre gefunden oder das Training der 80er-Jahre, wenn er zehn Jahre später dran gewesen ist. Und so findet er natürlich jetzt nicht den endgültigen Stein der Weisen, sondern einfach das Training seiner Zeit. Und das wird abgelöst werden durch ein anderes Training. Das ist ganz klar. Also wir wahren uns da eine gewisse Distanz und kippen mich hinten über irgendwie vor Begeisterung, wenn es darum geht, polarisiert das Training zu bewerten. Das ist gut, aber auch das hat seine Grenzen und wird am Schluss wieder abgelöst durch was anderes. Ja, das nur am Rande. Aber daher kommt dieses Drei-Zonen-Modell. Und damit wir uns da ein bisschen drin auskennen, wollen wir nochmal kurz gucken, wie ist denn das jetzt hier im Vergleich zu den üblichen Trainingsbereichen. Und das habe ich jetzt mal hier oben drüber geschickt. Da seht ihr hier so mal so GA1. Das ist so dieser GA1-Block. Endet hier. GA2. Dann der Entwicklungsbereich. Der ist so dicht unter der aneroben Schwelle. Und dann hier so dieser intensive Bereich oberhalb der aneroben Schwelle. Da ist man früher immer so Tausender gelaufen als Läufer. Und dann hier hätte man so 800er und 400er. Und dann diesen Sprintbereich. Und da haben wir jetzt schon immerhin sechs Trainingsbereiche, die auch alle Sinn machen. Und für manche gibt es noch mehr. Aber das ist so jetzt, wie das Ganze halt so zusammenpasst mit den Trainingsbereichen. Naja, soweit so gut. Und was jetzt Steven Seiler sagt. Ne, halt mal, bevor ich auf den Seiler nochmal eingehe. Warum gehe ich auf diesen Seiler so ein? Weil das das norwegische Training ist. Polarisiertes Training. Und das ist alles das, was aus Norwegen kommt. Und unsere Triathleten aus Norwegen stellen eine Verfeinerung davon da. Drum reite ich auf diesen Seiler so rum. Den müssen wir zuerst verstehen. Machen wir den nächsten Schritt. Aber ganz schnell. Also es dauert nicht mehr lang. So. Jetzt habe ich hier noch was eingeblendet. Da steht dran Millimol. Also hier nochmal. Laktatschwellen. Und das hier ist so die aerobaneurobe Schwelle. Und das ist ein Literaturwert. Das ist individuell ein bisschen unterschiedlich. Der eine hat 3,9. Der andere hat 4,1. Aber hier ist noch interessant. Diese Schwelle 2 Millimol. Das ist so der Bereich. der maximalen Fettverbrennung für viele Sportler. Und das ist oft der Bereich, wo man seine Langstanzen macht. Also sehr fitte Langstreckler haben so in diesem Übergangsbereich GA1, GA2 die stärkste Fettverbrennung und machen auch genau da ihr Wettkampftempo. Und es ist so 2 Millimol. Und für uns ist es nachher einfach mal ein Pflock in der Wiese, ein Anker, wo wir uns auskennen, wenn es darum geht, 1 Millimol. Weil in diesem Bereich machen die Norweger ihre langen Läufe. Also deutlich nochmal unter Langdistanzwettkampftempo ist wirklich ein, was das polarisierte Training ausmacht. Und da seht ihr schon, diese zwei hellen Pfeile, da soll man hin. Also man soll diesen mittleren Bereich meiden. Das ist dieser blasse Pfeil, der da ist. Und die Norweger, die sagen, wir müssen das jetzt für uns aber anpassen. Weil wir sind ja nicht Skilanglauf. Wir sind nicht Radsport. Wir sind nicht 5000 Meter Lauf, wie ich das eingangs erklärt habe. Sondern wir sind Triathlon. Und das ist eine Ausdauersportart. Und wir müssen das einfach noch ein bisschen mehr ins Richtung Ausdauer verschieben, das ganze Konzept. Und das mache ich jetzt, indem ich euch mal einblende, wie die Pfeile dann zu liegen kommen. Nämlich so. Also statt dass man so ganz im intensiven Bereich, das spart man sich einfach ein bisschen. Man läuft also keine knallharten Tausender oder weniger davon einfach, sondern vielleicht auch mal 2000er, 3000er, 20 Minuten Belastung und so Zeug in der Richtung. Da macht man einfach ein bisschen mehr die Schwerpunkte. Und im Großen und Ganzen ist es das. Wenn ihr gedacht habt, die haben jetzt irgendwie was ganz Neues erfunden. Die machen irgendwie ganz hippes Zeug. Dann seid ihr jetzt vielleicht enttäuscht. Es ist so, dass das der Kern der Sache ist. Wir können uns gleich noch ein paar Beispiele angucken. Ich zeige euch noch Besonderheiten nachher für alle drei Sportarten. Das machen wir aber ganz schnell. Im Prinzip sind wir jetzt am Kern der Sache angelangt. Weniger Intensität, genauer die Trainingsbereiche treffen, hohe Umfänge im wirklich lockeren Bereich. Und das ist lustig, weil wenn man so hört, ah, Norweger Methode, dann denken alle an knallharte Intervalle und Intensität und die Klinge bis aufs Äußerste schleifen. Ist gar nicht so. Sondern es ist ein Switch hin zu moderaten Belastungen, hoher Umfang wirklich im lockeren Bereich. Ja, wo sind wir gelandet? Bei der individuellen Steuerung. Das Ganze jetzt individuell zu steuern. Also wie ist es jetzt für den einzelnen Athleten? Da steckt auch der Hase im Pfeffer. Also wir wissen jetzt, wo die Trainingsbereiche liegt, aber wie ist es für den einzelnen Sportler? Und hier bohren wir uns jetzt mal rein in ein bisschen Sportwissenschaft. Für alle diejenigen von euch, die Bock haben auf so Zeug, also Studien und einfach so ein bisschen an Sportwissenschaft, sich damit zu beschäftigen. Jetzt kommen drei, vier Minuten, die sind für euch. Für alle anderen mache ich jetzt mal unser Gehirn-Symbol an. Solange das aufleuchtet, könnt ihr drüber hinweg spulen, weil das dann einfach für euch langweilig ist. Aber fangen wir mal an und schalten es an. Hier ist es. Wie ist das jetzt mit sportwissenschaftlichen Studien? Schaut mal her. Hier hätte ich jetzt eine beispielshaft gemalt. Eine Studie, die vergleicht zwei Trainingsmethoden. Methode 1, Methode 2. Und dafür hat sie vielleicht einen Haufen Sportler, die in beiden Methoden trainieren. Erst die eine Gruppe Methode 1, die andere macht Methode 2. Dann guckt man, welche sind schneller am Schluss. Dann wird getauscht. Jetzt kann man hier sagen, aha, Trainingsmethode 2 ist besser. Entschuldigung, lass mich mal kurz ein Gleischen Wasser trinken hier. Dankeschön. Aber wie es der Teufel will, ist es in der Realität oft anders. Nämlich die Ergebnisse sind so und sie liegen relativ nah beieinander. Verdammte Axt. Und jetzt weiß man natürlich, dass das, was da oben so als unser Ergebnis ist, das Niveau, das sich da jetzt so gerade angeglichen hat, eigentlich stimmt es so gar nicht. Denn eigentlich ist es noch viel schlimmer. Das Ganze sind nämlich so Ergebniswolken. Das sind jetzt die einzelnen Sportler. Und die haben ganz unterschiedliche Ergebnisse. Und das wird euch jetzt klar, wenn ich euch jetzt mal einzelne Sportler hier farbig markiere. Guckt euch jetzt beispielsweise mal den Sportler an, der in oranger Farbe markiert ist. Der hat sich von Methode 1 auf Methode 2 verschlechtert. Und im Unterschied dazu, der Sportsfreund mit der grünen Farbe, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, der hat sich verbessert. Und obwohl man jetzt sagen kann, ja, das Ergebnis der Studie hat gezeigt, im Durchschnitt ist Methode 2 besser, ist es für den einzelnen Athleten aber relativ unklar. Manche verbessern sich, manche verschlechtern sich auch jetzt dabei. Und was will man jetzt damit anfangen? Und das ist jetzt interessant aus zweierlei Gründen. Erstens mal hatte ich gesagt, die Norweger, die ziehen ihre Athleten zusammen und die trainieren dann wirklich viele, viele Wochen im Jahr gemeinsam auf Trainingslagern. Und man kennt sich. Dann weiß man natürlich, aha, das ist der Gustav, der reagiert gut auf dieses Training, aber nicht so gut auf das andere. Und bei dem anderen Sportler ist es vielleicht umgekehrt. Und so kann man da jetzt einfach individuell rangehen. Und das wird dann eben dort auch so gemacht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man vielleicht eine gewisse Distanz sich bewahren sollte, gerade wenn man viel so in Social Media Kanälen, YouTube oder so sich was anguckt, wo Leute Sportwissenschaft präsentieren und sagen, hey, wir haben hier eine Studie und die hat das und das rausgefunden. Am besten wäre es, ihr lauft jetzt immer vier Minuten Intervalle und eure Pausen müssen genau so sein. Yeah. Und dann werdet ihr schneller. Das kann im Durchschnitt zutreffen auf den einzelnen Athleten, aber vielleicht nicht. Und das ist natürlich jetzt das Problem, weil ihr seid ja ein einzelner Athlet. Und das heißt, betrachtet sowas ruhig mit Interesse, aber auch mit einer gewissen Distanz. Weil oftmals führt in der Sportwissenschaft diese unbefriedigende Situation dazu, dass man sich sagt, Mist. Also das ist jetzt irgendwie auch kein Ergebnis. Ja. Also irgendwie wissen wir immer noch nicht, was besser ist. Ja. Also was machen wir jetzt? Lass uns doch die Studie nochmal machen. Also das eine Trainingsding war jetzt ein bisschen intensiver als das andere, aber unklares Ergebnis. Jetzt mit zweimal Tempotraining die Woche. Sagen wir es mal so, fünfmal Tempotraining die einen und gar kein Tempotraining die anderen. Und dann merkt man auf einmal, okay, jetzt sieht man einen Unterschied. Und dann steht nachher irgendwo in einem Heftchen die Schlagzeile oder auf YouTube könnt ihr das finden. Ja, fünfmal die Woche Tempotraining hat irgendwie schneller gemacht und ein ganz klares Ergebnis gegenüber dem, was die anderen trainiert haben und so. Das ist aber jetzt nicht euer Trainingsplan. Das ist nur das Ergebnis einer Studie und heißt nicht, dass ihr in Zukunft so trainieren wollt. Also, ich möchte mich da jetzt nicht verheddern in Einzelheiten, aber ihr seht, am Schluss ist es individuell und eine Studie ist nicht dasselbe wie ein Trainingsplan. Das wird oft verwechselt. Das sind einfach nur, dass man mal ein bisschen Durchblick hat, wohin könnte jetzt das Training gehen, aber das heißt nicht, dass ein Studiendesign gleich auch eine Trainingsempfehlung ist. Okay, also, Schleudersymbol aus. Herzlich willkommen wieder an alle die, die vorhin abgeschaltet haben. Wir haben gerade eben ein kleines bisschen Sportwissenschaft gemacht. Und das machen wir jetzt auch weiter. Und jetzt kommt jetzt ein Bereich, wo ich tatsächlich geschafft habe, wie heißt er? Nostradamus und Asterix auf eine Folie zu machen, wo wir uns ein bisschen über Sport unterhalten. Was meine ich damit? Damit will ich sagen, ja, weil es oft heißt, ja, die Norweger, die trainieren nach so wissenschaftlichen Methoden. Das ist total wissenschaftlich, was die machen. Und ehrlich gesagt wissen wir es nicht, ob das wissenschaftlich ist. Denn ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Also es gibt doch jeden Tag immer fünf Leute irgendwo auf der Welt, die sagen, morgen geht die Welt unter. Jetzt angenommen, sie geht morgen wirklich unter. Kann man dann sagen, ja, der hat es gewusst, guck, der hat es doch vorher gesagt, der hat gewusst, die Welt geht unter. Natürlich nicht. Das Gleiche ist, wenn auf einmal euer Horoskop, was ihr gelesen habt, du wirst reich beschenkt werden und du wirst einen Traummann kennenlernen, auf einmal findet das wirklich statt, dann kann man nicht sagen, Wahnsinn, der hat die Zukunft vorher gesagt, ja. Das Gleiche ist, wenn jemand sehr viele, wie der Seher hier von Asterix, sehr viele Vorhersagen macht, von denen manche dann irgendwie eintreten. Und damit bin ich jetzt schon wieder ein bisschen näher dran an dem Thema. Also, wenn gesagt wird, wir lassen uns mal auf diese Art trainieren. Von mir aus so wie die Norweger. Und viele machen das und am Schluss hat man zwei, die sind dadurch gut geworden oder drei oder vier. Dann heißt es nicht, dass man da einen guten Weg gefunden hat, weil wir müssen ja gegenrechnen, alle die, bei denen es nicht funktioniert hat. Letztes Beispiel dazu. Auf YouTube sieht man viel Videos, wo es heißt, ja, das Beste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr auch intensiv trainiert. Aber guckt euch mal die Kurzstrecke an am Ende ihrer Karriere. Die haben einen Mordsmotor, die sind richtig schnell und jetzt machen die mal ein Jahr Langdistanz und dann gewinnen sie Rennen. Später nicht mehr. Also ist es wichtig, beides zu haben. Am Anfang haben sie noch den Speed, jetzt kommt die Ausdauer drauf. Also lasst uns da ein Konzept draus machen und lasst uns einfach am Anfang immer Speed trainieren. Im Winter über bis in den Mai und dann setzen wir Ausdauer oben drauf, haben wir beides, sind wir am besten. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich. Auch dann nicht, wenn man Beispiele hat, wo man sagen kann, ja, hier, der hat es doch genauso gemacht. Das ist ein Kurzstreckler, der hat hier eine Langdistanz gewonnen, gleich im ersten Rennen. Aber man müsste ja alle die gegenrechnen, bei denen das nicht geklappt hat. Ja? Sonst geht das nicht. Du brauchst ja auch den Vergleich. Und es gibt natürlich massenhaft Kurzstreckler, die auf der Langdistanz überhaupt nichts gerissen haben. Ich kann ja auch nicht sagen, Frauen parken schlechter ein. Und ich beweise das an tausend Beispielen. Ich kann nicht zuschmeißen mit Beispielen, Bildern, Videos, wo die echt furchtbar einparken. Aber dazu gehören natürlich alle die Beispiele, wo sie gut eingeparkt haben. Und so ist es jetzt mit den Norwegern. Es reicht nicht, gute Beispiele zu haben, um zu beweisen, die haben dann einen guten Weg. Weil wir müssen auch alle anderen sehen, die vielleicht mit diesem Weg zu nichts gekommen sind. Und das haben wir erst mal so noch nicht. Und deswegen können wir sagen, wir wissen es nicht. Wir sehen nur, manche haben Erfolg. Lassen Sie es mal weiter anschauen. So viel zur Wissenschaftlichkeit, die ich also auch nicht absprechen will. Aber ich will sie auch nicht behaupten. Und jetzt gehen wir ganz schnell durch ein paar Details. Sorry, ich habe da so langsame Transitions zwischen meinen Folien. Aber ich bemühe mich, die schnell durchzuklicken. Sonst wird es wirklich ein kleines bisschen langweilig. Weil so viel Besondere ist gar nicht drin. Aber am Anfang schon. Nämlich beim Schwimmtraining. Und da wird einfach viel so mit langen Intervallen gearbeitet. Nämlich mit langen Intervallen. Ich zeige euch das mal hier. Also erst mal viele Wochenkilometer. Okay, das ist klar. Kurzstreckler. Dann sind es viele Längeintervalle. 1500 Meter am Stück in Intervallform. Also dreimal 1500. Was haben wir noch? Eine lange Einheit einmal die Woche. Und last not least, ist das schon das letzte? Ja, sechs Schwimmtrainings auch Standard. Irgendwie in der Weltspitze machen alle. Kommen wir zum Radtraining. Und das ist jetzt auch nicht weiter spektakulär. Eigentlich sind sie da relativ irgendwie faul, wie ich finde. Aber auch die Kurzstreckler machen hohe Umfänge. Und zwar für Kurzstreckenverhältnisse. Ja. Fünf bis sechs Einheiten. Wenn sie im Süden sind. Wenn sie in Norwegen sind, dann nur drei davon. Zweimal Intervalle. Auch alles gut. Und im Trainingslager ist es dann eigentlich eher ein bisschen ein faules Programm, finde ich. Aber ein langer Ritt ist dabei. Wirklich easy. Ansonsten nichts Besonderes dabei. Intervalle an Hügeln. Ja. Mein Gott. Ja. Darin wird es wahrscheinlich jetzt nicht liegen. Kommen wir zum Koppeltraining. Das finde ich ganz interessant. Da gibt es die Überzeugung. Ich weiß nicht, ob sie stimmt oder ob das jetzt auch was Besonderes wäre. Habe ich nicht so den Einblick. Aber da geht es um das Koppeltraining. Es wird gesagt, man kann das nutzen für, ja, wenn man jetzt an der aerob-anaromen Schwelle arbeiten will. Beispielsweise auf dem Laufband einlaufen, dann acht Minuten Gas geben. Ja. Also wie man früher so 2000er gelaufen wäre. Macht man normalerweise dann eine Pause. Und dann der nächste 2000er wieder acht Minuten oder so. Also ich meine, klar, die laufen schon schneller. Also für uns werden das dann so 2000er. Und irgendwann ist man einfach platt. Mehr geht nicht. Und wenn man das jetzt mischt, sagen die, du machst erst acht Minuten beim Laufen, Pause. Dann machst du einen Intervall auf dem Rad. Beispielsweise 20 Minuten. Auch an der Schwelle machst du wieder eine Pause. Dann kommt wieder Laufen und so weiter. Dann kommst du einfach länger damit klar, an der Schwelle zu trainieren. An der aerob-anaroben Schwelle. Also nutzen sie das einfach, um da viel Trainings-Impact reinzupacken in so eine Trainingseinheit. Und ja, das finde ich so irgendwie ein ganz interessanter Punkt. Was haben wir noch? Das Lauftraining. Und lass uns mal gucken, wie wir hier schnell vorankommen. Also hoher Gesamtumfang. Zwei bis drei Intervalleinheiten. Alles nicht so wild. Diese nötigen Intensitäten mit Lactat habe ich schon genannt, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Und hier kommt jetzt noch das Trainingsbeispiel eines Intervall-Trainings. Gucken wir uns nochmal kurz an. Wir reden jetzt hier natürlich von der Weltspitze. Und da haben wir einfach mal 2000 Meter laufen. Dann in einem Tempo, das durchaus machbar ist. Mach es mal groß. Also im 10 Kilometer Wettkampftempo. Dann diese typische Norweger-Pause. Immer zwei Minuten. Dann 5 mal 1000. Soweit auch nichts Wildes. Aber es nimmt dann zu. Immer drei bis fünf Sekunden schneller. Das wird dann am Schluss schon fies. Immer diese zwei Minuten. Und am Schluss, bevor man dann komplett am Arsch ist, kann man jetzt nochmal für 400er sich aufraffen. Und ja, das ist dann so nochmal das letzte Quäntchen rausquetschen. Ist das was Besonderes? Nö. Eigentlich nicht. Kann man durchaus so machen. Ich finde es jetzt eher moderat. Alles verkraftbar und passt wahrscheinlich ganz gut zu der Häufigkeit des Intervall-Trainings und zu den hohen Umfängen. Ist jetzt irgendwie so nichts Besonderes. Gucken wir uns noch kurz die Periodisierung an. Wenn Sie im Trainingslager sind, haben die immer so Blöcke, immer so vier Tage am Stück. Und ich gebe euch das mal hier rein. Also Tag eins, zwei Intervall-Einheiten am Stück. Danach kommt ein Tag mit Easy-Pace. Und dann ist man wieder einigermaßen erholt. Also für zwei Intervall-Einheiten am nächsten Tag. Und dann kommt ein halber Ruhetag. Und das Ganze hat den Sinn, dass man einfach da möglichst viel Training reinpackt. Und ist soweit auch nichts Besonderes. Denn auch ohne die Norweger hat man das immer schon so gemacht, dass man einfach Schlüsseleinheiten hat. Und das sind oft Intervall-Einheiten. Und man braucht immer mal lockere Tage. Also mit ruhigen Belastungen. Und deswegen muss man jetzt das verdichten. Also so Tage mit zweimal schnell. Lockerer Tag. Wieder ein Tag mit zweimal schnell. Und so weiter. Was wir jetzt nicht haben, ist so eine ganz klare Jahresperiodisierung. Sondern es wird über das ganze Jahr hinweg Tempotraining gemacht. Das geht zurück auch auf eine norwegische Studie, dass man sagt, es ist eigentlich nicht so wichtig, was genau ihr für Tempotraining macht. Ob das jetzt eher so vier Minuten Belastungen sind. Also im Bereich von Tausender laufen. Oder ob es jetzt eher so acht Minuten Belastungen sind im Bereich von Zweitausender. Oder es ist fast ein bisschen egal. Hauptsache ihr macht das das ganze Jahr über. Mit steigendem Anspruch. Also immer mehr. Klar. Aber ebenso dieses Ganzjährige. Das hat sich als ganz erfolgreich gewiesen. Und das erwiesen ist ein ganz interessanter Punkt, wenn man sich für Periodisierung interessiert. Und damit sind wir eigentlich durch. Wir haben gesprochen über das Training der Norweger. Und last but not least wollen wir mal gucken. Die zwei schnellsten. Gustav Iden und Christian Blumenfeld. Wo starten die demnächst? Nämlich auf der Langdistanz. Und das ist spannend. Da kommen sie eigentlich von ihren angestammten Gefilden jetzt mal weg. Und sind dann auf den ganz langen Dingern. Und ich bin sehr gespannt, wie es ihnen gelingen wird. Ja. Der nächste ist Ironman California für Gustav Iden. Und da werden wir hier eine kleine Hawaii-Nacht machen. Das heißt, wir werden das Rennen hier zusammen live verfolgen. Schaltet ein. Und wir werden die letzte Radstunde kommentieren hier. Und die letzte Laufstunde. So ist mein Plan. Zumindest jetzt. Um mal zu gucken, wie Gustav Iden performt. Gegen Jan Frodeno und Lionel Sanders. Und auch noch gegen ein paar andere, die ich jetzt hier nicht nenne. Das war's von mir. Dankeschön fürs Zuhören. Schaltet wieder ein. Wie immer. Donnerstag, 19 Uhr, live auf triathlonszene.de. Aber alles findet ihr auch in unserer Mediathek. Über 1200 Sendungen in der Art auf triathlonszene.de. Das war's. Kommt gut durch die Woche. Bis dann. Ciao. Hans-Jun-Jun-Jun-Jun.